Jetzt sind wir wieder zurück zu einer neuen Folge von Uncharted 4, 7 Cent. Ich bin gerade auf dem Weg zu Elf für das Schiff, um den Schachs umzuholen. Also kann man auch unterkommen. Oh, hoppala. Oh, der war noch gar nicht da. Oh, der hat einen guten Vorsprung gehabt. Was ist das denn eigentlich? Vielleicht mal angucken. Ach, nur ein Fass. Ist ja nix. Aber wie cool das hier unten aussieht. Aber... Richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Okay. Okay. Das ist die letzte Ma'am. Gut. Wenn wir uns beeilen, holen wir die anderen noch mal. Sam hat sich gerade unser verdammtes Boot geschnappt. Er will zu Averys Schiff. Komm! Lass ihn. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Die meisten meiner Männer sind tot. Und wer noch lebt, ist abgehauen. Siehst du das da? Das Ende ist buchstäblich in Sicht. Dein wahnsinniger Pirat hat die gesamte Höhle vermied. Ich setze keinen Fuß auf sein Schiff. Nadine, wenn du hier und jetzt abhaust, war der Tod all deiner Männer. Alles, was wir getan haben. Umsonst. Wir haben hier Gold im Wert von Millionen. Das und lebendig zu sein reicht mir. Kein Wunder, dass dir die Männer abhauen. Wie bitte? Oh oh. Wir stehen kurz davor, Geschichte zu schreiben. Und du gibst dich mit einem Almosen zufrieden. Einem Bruchteil. Von dem, was Sam auf dem Schiff erwartet. Wenn er's lebend von diesem Schiff hinunterschafft, kann er's haben. Dann hat er sich's verdient. Ganz im Gegensatz zu dir. Jetzt hört zu. Wir können den ganzen Tag lang hier stehen und uns beleidigen. Oder wir beenden das, was wir... Wir werden's beenden. Sorry, man. Mit Söldnern ist das so, Nadine. Ihre Loyalität ist käuflich. Und nicht verdient. Und jetzt komm. Entweder wir beenden das hier gemeinsam... Oder wir beenden es gleich hier. Lass uns Geschichte schreiben. Braves Mädchen. Hm. Nach dir. Ja, ich bin hier. Wäre aber schöner gewesen, wenn sie jetzt wechseln. Wäre das ein bisschen leichter. Ähm, joa. Ich denke mal untertauchen irgendwie. Jo. Da geht's weiter. Und dann hier. Haha, habe ich schon gesehen. Aber ich kann das jetzt gegen... Ähm, fühl mich. Boah, das ging jetzt auch schnell. Kapitel 22, das Ende eines Siebes. Das ist dies. End. Letztes Kapitel, definitiv. Also war es doch gut, keinen Cut zu machen. Obwohl, wie viele Folgen habe ich denn jetzt gemacht? Wann hast du nochmal fünf weitere? Das ging ja eigentlich sogar noch. Das ging sogar noch. Ist jetzt ein bisschen unfair. Und ich muss jetzt schwimmen, oder wie? War ja, klar. Wir können da ganz gemütlich... ...segel. Na ja, er hat ja eben alles voll geminnt, ne? Aber dass das alles noch so funktioniert, ja, das musst du eigentlich schon durch das ganze Wasser, ähm... Also so wie eben Höhlen entstehen. Mir fällt ja das Wort gerade nicht ein. Oxidieren? Warte. Scheiße. Auf jeden Fall, ne? So, wir werden es ja immer größer und... Na gut, die Bomben auf dem Schiff, ist klar, die bleiben, ne? Aber alles andere müsste eigentlich sich verpissen. Ja, schau allein. Bei der Kamera läuft's. Wow, 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 wow. Mist. Ich würde gerne nicht mehr fighten. Nur noch irgendwie, ähm... Shortcuts. Ich würde gerne nicht mehr fighten. Ich komme hier nicht hoch. Wow. Das qualmt. Wow. Was für ein Anblick. Da ist der Schatz. Ja. Verdammt. Ich habe irgendwie mehr erwartet. Viel mehr. Ah! Kann ich vorstellen? Viel mehr. Ja. Hey, Nate. Wo ist Sam? Oh, er ist da. Sam? Entspann dich. Er lebt. Dieser Idiot hat uns fast alle umgebracht. Ich bring ihn jetzt hier raus. Nein. Tust du nicht. Dave, du kannst den Schatz haben, okay? Lass mich nur meinen Bruder retten. Nach allem, was er getan hat? Wie edelmütig. Aber nein. Wenn wir hier warten, sind wir alle tot. Willst du das? Hab ich nicht gesagt. Was meinst du, Nadine? Schön, dass es dir wieder gut geht. Bist du so nett und nimmst Nate die Waffe ab? Her damit. Glauben sie echt, sie können ihm trauen? Geht sie nichts an. Warum versuchst du sie aufzuhetzen? Nate? Nadine und ich sind Partner. Und meine Partner bescheiße ich nicht. Geh darüber. Aber du und dein Bruder. Ihr habt meine Großzügigkeit von Anfang an ausgenutzt. Ihr wolltet mich ausboten. Und es wird Zeit für eine Lektion. Was machst du da? Jetzt gib du mir deine Waffe. Nadine? Ich sag's nicht nochmal. Du benimmst dich... ...gerade unglaublich dämlich. Sieh mal darüber. Ne, den. Hör auf! Himmel! Ich sagte sie hin! Okay, da sind ein paar Skelette. Na und? Ich weiß nicht so viel über Geschichte wie ihr Jungs. Aber ich kann mir gut vorstellen, wer die beiden sind. Na dann klär uns auf. Das sind Avery und Two. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Schön für sie. Was sagt uns das? Jeder, der von diesem Schatz besessen ist, bekommt, was er verdient. Was? Sie lassen uns einfach zum Sterben zurück? Ich lass euch nur zurück. Ob ihr sterbt oder nicht, ist mir egal. Nadine? Warte. Bleib wohl, Rafe. Nadine! Nadine! Mach sofort diese verdammte Tür auf! Rafe, sie ist weg! Komm, hilf her, dann kommen wir alle hier raus. Oh nein. Nein, daraus wird nichts. Komm, hilf her mit Sam, dann helfe ich dir bei der Tür. Nein, ich werde mich an keiner dieser Menschen erfreuen können. Solange ich weiß, dass du und dein nutzloser Bruder noch am Leben seid. Okay, komm. Komm wieder runter. Du kannst Fechten üben, wenn wir wieder draußen sind. Nate, halt die Klappe! Es soll sich dein Ernst. Das ist Irrsinn sogar für dich. Weißt du, was Irrsinn ist? Nathan Drake lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Verdammt! Nathan Drake entdeckte eine verlorene Stadt in der Ruf Al-Kali-Wüste. Alter! Ich versuche irgendwer in das andere Schwert zu kriegen, komm. Nathan Drake fand das sagenumrobene Eldorado. Verdammt! Ach, Dreik war's, Entschuldigung. Das war ein Arschloch. Großartigkeit. Nate, hast du nichts? Du bist nichts. Du hast dich gewarnt, mir aus dem Weg zu gehen. Bam! Das Gesicht! Oh! Ich habe alles geopfert, um Wolverine zu finden, und das lasse ich mir nicht von zwei miesen Dieben, einem senilen Trickbetrüger und einer gescheiterten Journalistin wegnehmen. Es reicht! Wenn dir dieser Haufen Verlierer so viel bedeutet, werdet ihr bald wieder vereint sein. Oh Gott, du Penner. So ist es. Oh Gott, du Penner. Stück Unterhose. Komm ran, Junge. Oh, fuck it. Das ist gar nicht mal so einfach. Aber. Bam! So läuft das hier. Ha. Jetzt kommt es. Ah, 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 ah. Fuck it. Ich geb nicht so leicht auf. Wah. Run, 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 run. Woah. Das ist Tattry. Was ist das für ein Psychopath? Ich bin etwas enttäuscht. Ich bin zum Beispiel links von rechten Angriffe zu unterscheiden. Das ist echt schwerer als es aussieht. Das Spiel verarscht mich aber aufs Übelste. Hä? Irgendwas mache ich falsch. Alter, der ist aber auch mega stark. Alter! So schnell kann ich gar nicht reagieren. Na ja, na ja. Oh boy. Achlor! Mann! Du Wichser! Auf den Fuß getreten. Und überall. Dann versteht immer noch. Was bist du denn für ein Psychopath, Junge? Schon, Dreieck! Gibt's schon mehr? Das ist der nächste Dreieck, von dem man so gehört. Komm schon! Ist ja gut, ist ja gut. Wir sind ja fertig. Ich will jetzt meinen Bruder und dann gehen wir. Wenn du bleibst und mit dem Schiff verbrennen willst, gern. Du hast mich. War so klar. Weißt du was, Nate? Hinter all dieser Angeberei steckt nur ein trauriger kleiner Junge. Mit ernsthaften Größenwahn. Und der kann nicht mal ordentlich fechten. Mach's gut, Nathan Drake. Nathan! Du weißt einfach nicht, wann man aufgibt, hm? Das ist gut! Ich will nichts geschickt. Ich habe schon immer alles auf einem verdammten Silbertablett. Sehr wie er gekommen. Alles! Mischung! Da! Das habe ich mir verdient. Das alles. Und noch viel mehr. Er gehört dir? Ja, schmeiß das da oben. Ja. Au! Au! Ich denke, scheiße. Hey, komm, schaff mir die hier raus. Hey! Ich versuch's! Es ist zu schwer! Versuch's nochmal! Es ist zwecklos! Versuch's! Es ist zwecklos! Alles, was ich hier wollte, war mit dir diesen Schatz zu finden. Hey, Sander, wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft, Brüderchen. Okay? Alles ist gut. Nein, es muss einen Weg geben. Nathan, du musst hier weg. Nein, das muss ich sagen. Du musst hier weg! Du bist der Weg! Ich muss wissen, dass du's geschafft hast! Hör! Der ganze Land fliegt gleich in die Luft! Was ist denn? Das ist es! Ich muss es! Vertrau mir! Ja, ja. Halt den Kopf und... Los jetzt, komm! Los, los! Du bist absolut verrückt, man! Das sagt der Richtige. Komm! 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 Das ist unser Ausgangießen! Na los! Alter! Alter! Scheiße! Alter! Wie episch das aussieht! Nimm euch! Oh! Oh! Scheiße! Puff! Puff! Ach du Scheiße! Pff! Pff! Boah, jetzt sieht es aber gar nicht mehr so spektakulär aus. Oh, oh, scheiße. Es ist noch nicht vorbei. Ganz saft. Geschafft. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Und, hast du alles? Ja, glaub schon. Du kannst alles verkaufen, was ich zurücklasse. Soll ich euch wirklich mich heimbringen? Nach den letzten Tagen ziehe ich ein Flugzeug mit Bordservice und bequemen Sitzen vor. Außerdem müssen wir beide über einiges reden. Ja, mischt ihr. Und keine nächtlichen Anrufe mehr, von wegen, ein letztes Mal. Geht klar. Danke, Sally. Alles Gute, Junge. Lass von dir hören. Wenn du wieder in der Stadt bist, gebe ich einen aus. Da werde ich dran erinnern. Dann haut der Hase einfach ab. Und Dieter lässt kleine Hasenüberraschungen überall auf dem Bett des Direktors. Hey, was erzählst du ihr? Er erzählt mir von deiner Magiephase. Oh, ich hasse dich. Wie war dein Künstlername? Los, sag's ihr. Der große Nate. Das ist nicht witzig, der Name ist toll. Zu seiner Verteidigung, er war. Du warst ziemlich gut. Aha. Hör zu, Sam. Es war... ...interessant, dich kennenzulernen. Mit Handschlag? Also... Wir machen das wie gute Freunde. Pass mir gut auf diesen Spinner auf, okay? Ja, mach ich. Ich komme gleich nach. Ja. Ich mag sie. Und das arme Mädchen scheint dich echt zu lieben. Ich weiß, ja. Hör zu, das Angebot steht noch. Das ist nett, aber... Nein, danke. Wenn du denkst, du wärst uns eine Last... Das bist du nicht. Darum geht's nicht. Also ein bisschen schon, aber... Ich dachte nur... Nachdem wir Averys Schatz gefunden haben, wäre ich... ...zufrieden. Stattdessen habe ich... ...irgendwie dieses Gefühl von... Leere. Ja. Egal wie... ...aufregend das nächste Abenteuer sein wird, am Ende... ...stehst du immer mit dem gleichen Gefühl da. Manchmal muss man... ...entscheiden, was man behält... ...und was man loslässt. Tja. Die Schätze, da bin ich noch nicht. Außerdem... ...hast du mir ein paar alte Städte voraus. Ich muss noch was aufholen. Es sind noch welche übrig. Danke. Oh, äh... ...unser Taxi ist da. Ja. Äh... ...wir haben's... ...weit gebracht. Haben wir, kleiner Bruder. Komm her. Und mach nichts, was ich nicht tun würde, okay? Hau schon ab. Zieh Leine. Hast du Feuer? Ja. Und? Victor? Was steht jetzt an? Hm. Hm. Also, bevor ich hier reingezogen wurde, hab ich an einer Art, äh, Geschäft gearbeitet. Geschäft? Hm. Gefährlich? Äh, mit den Leuten ja. Könnte sein. Also, ich kenn da jemanden, der gerade aus dem Gefängnis kommt und perfekt für so ein Geschäft geeignet wäre. Hm. Ich weiß nicht. Ist er zuverlässig? Mehr oder weniger. Kann er portugiesisch? Quando seu marido voltar para casa? Was heißt das? Wann kommt dein Mann nach Hause? Das genickt. Na los. Hast du noch mehr von den Zigarren? Übertreib's nicht. Hey, guten Morgen. Das ist er wirklich. Das ist er wirklich. Okay, ich spiel mit. Was ist los? Einen großen Job an Land gezogen? Oh, sogar noch besser. Ich bin kurz davor, Jameson Marine zu verkaufen. Echt jetzt? Ja. Wow, da... Tja, hey, ich schätze, da sind Glückwünsche angebracht, ne? Oh, noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Die haben hart verhandelt. Aber am Schluss konnten wir beide Seiten zufriedenstellen. Na, das ist toll. Bleibst du weiter dabei? Nein, 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 nein. Ich glaube, ich brauch mal Ruhe. Zeit für die Familie. Ich will mal wieder fischen gehen. Freut mich. Und wer ist der Trottel, der den Laden kauft? Oh, äh, du. Was? Komm schon, ernster. Doch, ernsthaft. Warte, Jameson? Hey, warte mal, Mann. Hey. Morgen, Jungs. Was machst du denn hier? Ich wollte mich nur ein... letztes Mal umsehen. Die Schlüssel hat jemand schon. Okay. Perfekt. Euer Ernst? Nate. Okay, ich sag dir was. Das wäre eine sehr kluge Investition. Du, das Richtige. Rufen Sie mich an? Wird gemacht. Hi. Hi. Du... Du kaufst Jameson Marine? Wir kaufen Jameson Marine. Oh. Okay. Wie? Wieso? Tja. Es gibt da Gerüchte über einen Bergungsjob vor der Küste von Malaysia und ich dachte, das wäre genau unser Ding. Oh nein, nein. Schatz, hör zu. Wir sind nur um ein Haar aus Libertalia entkommen. Ja. Hey, einen illegalen Job annehmen? Du weißt, wohin das führt. Wer sagt denn was von illegal? Ach. Hier. Das kam heute Morgen. Ist das echt? Ja. Ein paar meiner alten Kontakte haben das mit der malaysischen Genehmigungsbehörde geregelt. Es... Es war toll. Ich musste nicht mal jemanden bestechen. Na, das ist gut, denn ich habe keinen Schimmer, wie wir uns das überhaupt leisten könnten. Hier. Halt mal die Hand auf. Hä? Halt mal die Hand auf. Mach schon. Heilige Scheiße. Wo hast du die her? Die war in meiner Jackentasche. Zusammen mit ein paar anderen. Ein paar? Sam. Er ist ganz schön raffiniert. Ja. Natürlich werden die meisten davon für unser Geschäft hier drauf gehen. Und für die neue Kameraausrüstung. Kamera? Hä? Weißt du, ich dachte, wenn wir die Fracht aus dem Brack bergen, könnten wir doch ein kleines Team anheuern, die ganze Sache filmen und meine alte Show wieder aufnehmen. Was ist denn aus unserem... ...einfachen Leben geworden? Ich glaube, beim Versuch, ein einfaches Leben zu führen, haben wir es vielleicht... ...übertrieben. Hör mal. Damals auf dieser Insel. ...hab ich das Abenteuer vermisst. Ich hab uns vermisst. Und jetzt haben wir die Chance zu tun, was wir lieben. Aber von jetzt an läuft alles nur noch hundertprozentig legal. Okay? Und schießen werde nur noch ich. Mit meiner... ...superteuren Kamera. Wow. Du hast das wirklich genau durchdacht. Mehr oder weniger. Aber hör zu. Ein Wort von dir und ich blase die ganze Sache ab. Was? Nein, 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 nein. Ich will Jamison nicht... ...den vorzeitigen Ruhestand versauen. Das wäre grausam. Genau. Das wird nicht einfach. Das ist es doch nie. Also. Was sagst du, Nathan Drake? Klar, wieso nicht? Solange ich kein Papierkram erledigen muss. Na, ich kann's auch nicht. Ich werd voll auf mit der Kamera beschäftigt sein. Na, und ich voll auf mit dem Tauchen. Okay. Schön, wir wechseln uns ab. Ja. Oder... ...wir könnten darum spielen. Echt jetzt? Nein, hör zu. Ich habe geübt. Ich bin echt gut. Meine Augenkoordination ist viel besser. Echt? Ich kann dir das nicht nochmal antun. Hast du etwa Angst? Da liegst du ja sowas vor vor Leben. Auf der Skala von 1 bis 10. Wie viel Angst hast du? Ungefähr drei. Ja, übersetzt heißt das so ungefähr elf. Elf. Okay, Dan. Ich krieg dich. Ach ja? Ja. Oh je, das... Okay. Schön. Bin dabei.